Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's dann wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue Woche 6, Season Aufträge, Auftrag Nummer 5, der letzte und zwar erziele Standpunkte auf einem Motorrad. 100.000 Standpunkte müssen wir auf einem Motorrad erzielen. Leute, ich empfehle euch hier auf der Karte bei Megacity zu landen. Denn in Megacity gibt es wirklich überall die Roach Motorräder. So, das hier ist das Motorrad. Ich empfehle euch, hier, Gruppen keinen Motor spielen, da habt ihr schon Metz. Jetzt einfach mal komplett hochbauen. So, ihr könnt auf jeden Fall einfach mal höher hochbauen, denn das hier ist jetzt einfach ein Beispiel. Ihr könnt euch noch mit Metall und Stein komplett hochbauen bis zum Ende, bis ihr nicht mehr könnt, Leute. Eine Sekunde. Okay, das wollten wir gerade nicht. Auf jeden Fall, schnappt euch hier den Roach Motorrad. Wir brauchen Stuntpunkte. So, jetzt fahren wir mit Bus hier hoch, während wir in der Luft sind, bekommen wir Punkte. Und ihr seht, wir bekommen gerade Punkte und das nennt man Stuntpunkte. Und ja, ich habe gerade insgesamt 8.000 so. Ihr könnt euch dabei noch drehen und andere Tricks noch machen. Und ihr könnt euch viel höher bauen, dann kommt ihr mehr Stuntpunkte auf jeden Fall. So geht das. Das hier sind auf jeden Fall Stuntpunkte, in dem ihr in der Luft Tricks macht mit dem Roach Motorrad. Insgesamt müsst ihr 100.000 Stuntpunkte machen, da habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Und ja, Leute, ich hoffe, dass es wieder hat euch Koffen gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne, wenn ihr kein Video mehr verpasst. Und ciao, haut rein fürs nächste Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.